All right, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. I've also written some notes on the whiteboard if you need them. I've got a report that suggests a possible ghost sighting. Test, test. Wo bist du? Und? Wo bist du? Nichts erkannt. Also mache ich die Box. Ah doch, Bitch, hier hatten wir schon. Da war das Edgefield, was wir noch nicht hatten. Ich geh mal hoch. Wo bist du? Ich hab ne Tür. Ich wollt grad sagen, ich hab ne Tür gehört. Ne, warte mal. War nicht die Tür? Ach, die Tür war's. Oh, 5 war EMF. Ja, ich seh's gerade hier. Die ist nur noch angelehnt. Keine Fingerabdrücke. Direkt ins Buch geschrieben. Instant. Wo bist du? Das ging schnell. Okay, fertig. Das war ein Oni. Ist. Nur noch die optimalen Ziele. Das ist ein Oni. Das ging wirklich schnell. Ich hab die direkten Autogramm gebeten. Jo, ich hab das Buch hingelegt und sofort, instant, reingeschrieben. Das Buch lag vielleicht zwei Sekunden. Da wurde es schon benutzt. Bewegungssensor. Cucifix. Cucifix, Räucherstäbchen. Ich nehm die Räucherstäbchen. Ich nehm die Räucherstäbchen. Hast du irgendwas gesagt, Geist? Vielleicht aber auch meinen. So, Faxe geht auf Knaffensuche. 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 Die Räucherstäbchen hat er nicht genommen. Ja, das soll ich mir gerade auch. Obwohl, der Geist wanderte jetzt ein bisschen mehr. Vielleicht war der gerade zu Ende, dass ich in der Flur. Ich suche alle noch, der Knochen. Davon bin ich ausgegangen. Aber ich will die nicht. Also, ich bin jetzt... Ich verwarte, der liegt hier am Tisch. Lol. Ich bin jetzt den ganzen Flur langgegangen, bin nochmal im Badesmal gewesen und in die Garage rein. Der will die Räucherstäbchen nicht haben. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr. Wollen aktiviert. Was aktiviert? Räucherstäbchen sind durch. Oh, der macht gerade noch Wasser. Hat ein Fotobard dabei. Nice. Äh, weißt du, wo ich das Räucherstäbchen angezündet habe? Wo denn? Hier in der Wäschekammer. Da bin ich aber auch drin gewesen. Hm. Na gut, ein Räucherstäbchen hat ein Gradius von 6 Metern, ne? Also, in dem Bereich stand er dann irgendwo. Wie gesagt, hier war ich drin gewesen. Vielleicht war er zu dem Zeitpunkt wirklich, keine Ahnung, da hinten in der Ecke oder so am PC. Also, ich bin hier lang, so lang und dann bin ich erst in die Garage rein. Ja, halt die Backen. Stimmt, da war noch was. Ja, stimmt. Ich habe das zweite schon hingelegt in die Waschkammer. Ja, er ist gerade im Sensor. Oder war, wie auch immer. Mal schauen, wie lange das dauert. Ja. 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 raus raus